Es gab damals so einige erfolgreiche Plattformer-Serien, aber nicht viele kamen an die Popularität von Mega Man heran. Die Serie startete auf dem NES und pumpte gefühlt etliche Spiele heraus. So natürlich auch auf den Game Boy. Dr. Whiteys Revenge war dabei das Spiel meiner Kindheit und ich habe schon ein Video dazu gemacht. Aber es kam natürlich noch weitere Titel. Was taugt Mega Man 2 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Biox programmiert und natürlich von Capcom 1992 veröffentlicht. Japan bekam das Spiel ein Jahr früher. Seit 2014 ist das Spiel auch auf der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich. Das Spiel ist dabei kein Port der NES-Version, sondern wurde extra für den Game Boy entwickelt. Dr. Wily ist natürlich wieder einmal da und hat nur Böses im Sinn. Dieses Mal hat er eine Zeitmaschine gestohlen, ist in die Zukunft geflüchtet und hat Robotermeister hinterlassen, die Mega Man aufhalten sollen. Eure Aufgabe dürfte natürlich klar sein. Was erwartet ihr bei einem Mega Man Spiel? Jeder der schon einmal einen Teil gespielt hat, weiß das genau. Euch erwartet hier ein typischer Action-Plattformer. Ihr steuert den namensgebenden Helden Mega Man durch die verschiedenen Level. Besonderheit ist dabei natürlich seine Armkanone. Ihr könnt also logischerweise springen, schießen und über den Boden rutschen. Natürlich könnt ihr aber auch durch das Besiegen der verschiedenen Robotermeister verschiedene Spezialfähigkeiten erlangen, die ihr dann in begrenzter Anzahl einsetzen könnt. Robotermeister? Was soll das denn sein? Das sind die Endbosse der verschiedenen Level. Im Gegensatz zu einem normalen Plattformer könnt ihr die Levelreihenfolge nämlich frei wählen. Besiegt ihr dann einen Endboss, bekommt ihr seine Spezialfähigkeit und könnt diese dann gegen einen anderen Boss einsetzen, die dann etwas empfindlicher dagegen sind. Hier müsst ihr also etwas rumprobieren, welche Reihenfolge die beste ist. Aber nicht nur die Bosse sind verschieden, auch die Level sind thematisch entsprechend gestaltet und stellen euch immer vor eigene Herausforderungen und Fallen. So fühlt sich der Weg zu jedem der Bosse auch wirklich einzigartig an. Aber was für ein Umfang erwartet euch denn hier eigentlich? Der Startbildschirm sieht erst einmal ernüchternd aus. Nur 4 Level? Das ist ja nicht gerade viel. Aber die Anzahl verdoppelt sich zum Glück, wenn ihr diese besiegt habt und euch erwarten dann noch 4 weitere. Aber kommen wir nun zu dem Elefanten im Raum. Bei manchen Leuten hat dieser Teil nämlich keinen guten Ruf, da vor allem der Schwierigkeitsgrad kritisiert wird. Dieser ist nämlich etwas einfacher als bei den anderen Mega Man Spielen. Dennoch finde ich das in Ordnung, da dieser Teil dann eben eher etwas für Anfänger ist und ich hatte definitiv meinen Spaß daran, vor allem weil das typische Mega Man Gefühl gut umgesetzt wurde. Euer Fortschritt wird dabei in Form von Passwörtern festgehalten. Die Grafik ist für den Game Boy sehr gut gelungen. Das Stil der Serie wurde auf jeden Fall gut eingefangen und die Level sind alle optisch sehr abwechslungsreich gestaltet. Was will man mehr? Auch das Sound ist Mega Man typisch gut gelungen, die Musik groov gut und die Effekte sind genau das, was ihr von ihnen erwartet. Was taugt Mega Man 2 für den Game Boy also heute noch? Ich muss natürlich erst einmal klar sagen, dass ich kein Profi bin, was die Mega Man Spielserie angeht. Daher habe ich in diesem Video dieses Spiel auch für sich betrachtet und siehe keine Vergleiche zu anderen Ablegern. Ich hatte definitiv aber meinen Spaß mit dem Spiel. Wenn ihr einmal etwas leichteren Mega Man Titel zocken wollt, seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Das Spiel kriegt von mir aus auf jeden Fall ein dickes Solide. Das war Testo Mega Man 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr was zu tun ist und dann sollst du ihn sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Machts gut. Tschuuuuh.